guten tag letzte folge hat er gesagt ach scheiß drauf ich klicke einfach das haben wir letzte folge gesagt guck die letzte folge an dann wirst du es wissen und da hinten aber es kam keiner aus dem computer raus er wurde dahin projiziert und alter macht doch langsam Junge riecht das Kerlchen super nett dass du zu mir kommende brauche ich nicht hüpfen längstens eher der hier bedenkt der Tag lang ja man kann es auch übertreiben die 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 das muss man ja so eine riesen zu und so ein kleines bewusst man einstellen kann wo man hin will so ein naja alter ich geh auf links mit meiner oder was hat jetzt der Blitz zu bedeuten mit der Blitz da war ein blauer Blitz über den anderen ich bin in Ordnung ich hab ein bisschen gemacht komisch ja ja v ja 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 feini da sind ein paar große streike ich glaube das macht links und rechts keinen unterschied oder gut dann gehe ich erst auf den tag dann mit meiner jetzt ein bisschen schneller was für ein wunderbarer schmerz so gesagt von der schmerz ist so wunderbar der rest habe ich ja ich würde sagen von links nach rechts aua wo bin ich denn jetzt warum hänge ich hier fest und was macht das stroh hier hier und hier hier ich mache da blind und rennt zu dir so ein kackvogel du warst ja auch schuld dass er bei dir war er sollte ja zu mir damit er nicht auf euch geht da ist ein rattenfänger von aus ach du scheiße naja musst du glaube ich irgendwas drücken gut der kleine isotopisch süßer daneben steht und einfach nur zu kiegt, fau die Sau. Zündes zu überrauchen. Aber er sieht süß aus, das reicht. Der darf das. Der darf das. Der darf das. Der darf das. Wieso ein Jojo? Hm. Ja, das bringt's ja. Entschuldigung, hab nicht gesehen, dass du da... Ich bin einfach losgerannt. Das hab ich gesehen. Ich kann ja was rummachen. Oh, deine Gefährten ist ja tot. Deine Opel. Ja, weil die diesen scheiß... Dings jetzt ausgesetzt waren. Hm. Hallo. So. Mann, Mann, Mann. Die Spezialisten sind kein Problem mehr. Der Andor-Kring liegt in Trümmern und alle fünf Spezialisten... Ja, gerade so. Exzellent. Der Arshon wird außer sich sein. Das kann zu unserem Vorteil sein. Wütende Hutten sind unvorsichtige Hutten. Ich werde dafür sorgen, dass ihr eine angemessene Bezahlung erhaltet. Wir haben uns Zeit und Sicherheit verschafft. Das ist das Mindeste, was ich anbieten kann. Das war anstrengend. Die sind auch wirklich. War schon ein bisschen heftiger, halt stimmt. So. Das war ja Porten, oder? Oder? Ja. Wo hast du jetzt hingeportet? Einstellungswache. Wohin? Gravitationsanker 4. Ja, wie es ein Port jetzt heißt, weiß ich nicht, weil ich habe ja Abklingzeit. Gravitationsanker 4, Herr Sternter. So. Wir sollen das schon mal abgeben. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Zack, zack. Weg damit mit dem Rotz. Leben Sie Pol. Zeige alle autorisierten Ziele an. Ach, da kann man gar nicht. Ach doch, geht. So, dann können wir jetzt fliegen, ne, zum Parekta Tafelbergfähre. Mhm. Reiseroute bestimmt nicht. Meine Güte, ey. Das sind Namen. Ja, von dem Markup ist auch so riesig mit diesen Taxi-Dingern, ey. Dann halt nicht. Warum denn nicht? Ja. Fuck, das Ding. So. Müssen wir jetzt eigentlich hin. Nase lang. Hm. Was nun? Wer denn? Ach, Mädchen. Mehr Nerfs zum Schlachten. Wo ist meine Maus? Meine Fresse der Boden ist so halt, dass ich meine Maus erkenne. Wo springen die denn hin? Hm. Na, das Vieh war bestimmt schneller tot, als ich springen konnte. Sie dann irgendeinen rausgenommen hat sich jetzt. Meine Güte. Wenn er gerade in der Nähe war. Hier soll's lang gehen, sicher. Hm. Ja, hier runter irgendwo. Ich hab'n Weg gefunden. Gibt's die Bäume auch als Haustier? Gibt's die Bäume auch als Haustier? Die was? Die Bäume? Ja. Wiss ich nicht. Das ist ja hübsch. Die. Kann man ein Tampil machen. Drehst du dich bitte noch mit dem Gesicht zu mir? Dankeschön. Sehr nett. Reizend. Zickend. Da will ich mich wieder bewegen. Ja. Ich bin da auch weggerannt. Da wüsste ich ja nicht. Ich wollte von hier hinten nochmal ein Foto machen. Ja, das ist eine Variante, ja. Das stimmt. Nur von mir. Ja, der greift mich da eh an. Da brauche ich da gar nicht vorbeilaufen. Nur von mich. Was? Nen Tampil. Hä? Hä? Da greifst du die anderen auch klein mit an? Na. Mach mal. Zählten die jetzt nicht für irgendwas? Nö. Nö. Ich habe ihn nur angegriffen, weil er mich eh angegriffen hätte, wenn ich vorbeigelaufen wäre. Ja. Weil wir müssen ja irgendwie 30 von irgendwas. 30, 30 irgendwas. Ah, nö. Oh, doch. Watt dann? Ja. Hä? Nö, die Folge ist gleich rum, aber scheiß drauf. Geht doch schnell hier. Ist ja nur eine Videosequenz. Deswegen. Wir haben alles getan, was ihr verlangt habt. Nicht eure Schuld. Ich habe neue Befehle, euch zu erledigen. Und was? Wie der grinst. Vor allem die volle. Das war voll gay aus. Voll übertrieben. Geht zur nächsten Minenplattform. Dort seid ihr in Sicherheit. Gut. Dann bis morgen, Freunde der Sonne. Nein. Doch. Adios amigas. Gott.